UNTERTITELUNG Unser Führer ist Todloch. Unser Führer ist Todloch. Er ist ins Gefängnis. Du darfst nie vergessen, wer du bist. Abführen. Mutter? Vater? Wer bist du? Thomas, ich bin Ihr Bruder. Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden. Warum magst du nämlich dich nicht? Du darfst mich nicht verlassen. Was hab ich getan?